Jetzt gibt es einen Einblick in die Werkstoffgruppe der Stähle. Stahl ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir begegnen diesem Werkstoff überall. Aber was ist Stahl eigentlich genau? Stahl ist eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff und wird definiert als Werkstoff, dessen Massenanteil an Eisen größer ist als der jedes anderen Elements, dessen Kohlenstoffgehalt kleiner als 2,06% ist und der unterschiedliche Massenteile anderer Elemente enthalten kann. 2,06% Kohlenstoffgehalt ist die Grenze zwischen Stählen und Gusseisenwerkstoffen, die bis maximal 6,67% Kohlenstoff enthalten können. Nun ist Stahl nicht gleich Stahl. Also wie entstehen die unterschiedlichen Stahlsorten? Die verschiedenen Arten der Stähle entstehen durch einen unterschiedlichen Kohlenstoffgehalt sowie der Beimengung von Legierungselementen. Und was sind Legierungselemente? Legierungselemente sind chemische Elemente, die dem Stahl gezielt beigemengt werden, um ihm eine gewünschte Eigenschaft zu geben. Zu den Legierungselementen gehören unter anderem Schwermetalle wie Chrom oder Nickel, Leichtmetalle wie Aluminium oder Beryllium und Nichtmetalle wie Schwefel oder Phosphor. Die Beimengung der unterschiedlichen Elemente sorgt dafür, dass die Eigenschaften des Stahls beeinflusst werden. So sorgt Chrom beispielsweise für eine bessere Korrosionsbeständigkeit, Nickel für eine bessere Herdbarkeit, Aluminium für eine bessere Schweißbarkeit, Beryllium bindet Sauerstoff in der Schmelze, also bei der Herstellung von Stahl an sich, um die Oxidation anderer Legierungsbestandteile zu verhindern. Und Schwefel sowie Phosphor verbessern die Zersparnbarkeit des Stahls. Je nach Anteil von Legierungselementen wird unterschieden zwischen unligierten, ligierten oder hochligierten Stählen. Unligierte Stähle enthalten in Summe weniger als 1% an Legierungselementen. Bei den ligierten Stählen beträgt die Summe aller Legierungselemente maximal 5%. Und die hochligierten Stähle enthalten mindestens ein Legierungselement, das mehr als 5% des Legierungsanteils ausmacht. Wichtige Eigenschaften von Stählen sind Sie sind duktil, also plastisch verformbar. C, das heißt Risse, enden nicht sofort in einem katastrophalen Bruch, schweißbar, spanend bearbeitbar, oft magnetisierbar, wärmeleitfähig, härtbar, elektrisch leitfähig, ihre Schmelztemperatur liegt bei ca. 1530 Grad Celsius und ihre Dichte bei 7,85 Gramm je Kubikzentimeter. Stähle können auf zwei Arten eingeteilt werden, nach der Güteklasse oder dem Verwendungszweck. Im Weiteren wird auf die Einteilung nach dem Verwendungszweck näher eingegangen. Der Verwendungszweck wird wiederum in die Hauptgruppen Bau- und Konstruktionsstähle und in die Werkzeugstähle untergliedert. Die erste Hauptgruppe, die Bau- und Konstruktionsstähle, kann für jegliche Art von Bau- oder Konstruktionsteil verwendet werden. Sie werden in mehrere Untergruppen eingeteilt. Die erste Untergruppe sind unligierte Baustähle, die oft nur als allgemeine Baustähle bezeichnet werden. Sie zeichnen sich durch einen Kohlenstoffgehalt zwischen 0 und 0,6% aus. Sie sind gut zersparenbar, schweißbar, haben eine ausreichende Zähigkeit, d.h. bieten ausreichenden Widerstand gegen Risswachstum und sie besitzen eine hohe Streckgrenze. Das bedeutet, dass sie gut elastisch verformbar sind, ohne sich schnell dauerhaft, also plastisch, zu verformen. Ihr großer Vorteil ist der günstige Preis. Verwendung finden Baustähle z.B. im Maschinenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau und Brückenbau. Die zweite Untergruppe sind die Vergütungsstähle. Diese Stähle besitzen einen Kohlenstoffgehalt von ca. 0,2-0,7%, sind weichgeglüht gut zersparenbar, warm umformbar, härtbar oder vergütbar und besitzen eine hohe Festigkeit bei guter Zähigkeit. Härten und Vergüten sind Wärmebehandlungsverfahren, mit denen die Festigkeit und Zähigkeit von Stählen verbessert werden kann. Sie kommen bei Kurbelwellen, Zahnrädern, Achsen, Wellen oder Pleulstangen zum Einsatz. Die dritte Untergruppe sind die Einsatzstähle. Einsatzstähle sind unligierte oder ligierte Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt von 0,1 bis etwa 0,25%, die zum Einsatzhärten geeignet sind. Weil die Festigkeit und Härte von Stählen unmittelbar mit der Höhe des Kohlenstoffgehalts zusammenhängt und die Einsatzstähle eigentlich sehr niedrige Kohlenstoffgehalte haben, erhöht man den Kohlenstoffgehalt nachträglich in den Randbereichen. Das bedeutet, dass Einsatzstähle nach diesem vorherigen Aufkohlen lokal gehärtet werden können. Sie weisen nach dem Härten eine hohe Randfestigkeit auf. So wird vor allen Dingen die Verschleißfestigkeit der Einsatzstähle erhöht. Gleichzeitig ist die Kernzähigkeit hoch und die Kernfestigkeit immer noch gut, da der Kohlenstoffgehalt zwar niedriger als im Randbereich, aber immer noch ausreichend hoch ist. Genutzt werden Einsatzstähle für Zahnräder, Kegelräder oder Wellen. Die vierte Untergruppe sind die Automatenstähle. Automatenstähle sind Stähle, die sich besonders gut für die Bearbeitung an Automaten bzw. Werkzeugmaschinen eignen. Das heißt, sie sind sehr gut zersparenbar. Der Kohlenstoffgehalt liegt bei ca. 0,05 bis 0,12%. Eingesetzt werden diese Stähle z.B. für Massendrehteile, die nur geringe Anforderungen an die Festigkeit stellen. Die fünfte Untergruppe sind die nicht rostenden Stähle. Nicht rostende Stähle oder korrosionsbeständige Stähle gehören in der Regel zu der Güteklasse der Edelstähle und werden oft im Alltag mit ihnen gleichgestellt. Dies ist allerdings falsch. Als Edelstähle werden lediglich Stähle bezeichnet, die besonders rein sind. Dies hat nichts mit der Korrosionsbeständigkeit des Stahls zu tun. So können Edelstähle sehr wohl korrodieren. Nicht rostende Stähle besitzen eine besondere innere Beschaffenheit, sogenanntes feritisches, austenitisches oder martensitisches Gefüge. Das zusammen mit einem Anteil von mindestens 12% Chrom für die Korrosionsbeständigkeit sorgt. Nicht rostende Stähle lassen sich sparend bearbeiten, kalt umformen und schweißen. Einsatz finden nicht rostende Stähle u.a. für Haushaltsgegenstände, Sanitäranlagen, chirurgisches Material, in der Lebensmittelindustrie, Fahrzeugindustrie oder Pharmaindustrie. Zu dieser Auswahl an Stählen kommen noch viele weitere hinzu, wie z.B. Nitrierstähle, Federstähle oder säurebeständige Stähle. Jetzt folgt die Hauptgruppe der Werkzeugstähle. Werkzeugstähle werden für die Herstellung von Werkzeugen zur Bearbeitung und Verarbeitung von metallischen oder nichtmetallischen Werkstoffen sowie zur Herstellung von Handhabungsmitteln und Messmitteln genutzt. Von den Bestandteilen Eisen, Kohlenstoff und Ligierungselementen unterscheiden diese Stähle sich nicht von ligierten Bau- und Konstruktionsstählen. Lediglich der Verwendungszweck ist verschieden. Allerdings ist der Kohlenstoffgehalt vergleichsweise hoch. Werkzeugstähle werden in drei Gruppen geteilt, die Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle. Kaltarbeitsstähle werden für Werkzeuge genutzt, die eine Bearbeitungstemperatur von 200 Grad Celsius nicht überschreiten. Ihr Kohlenstoffgehalt liegt zwischen 0,5 bis ca. 1,5%. Beispiele sind unter anderem Schraubendreher, Innensechskantschlüssel oder Maulschlüssel. Aus Warmarbeitsstählen werden Werkzeuge hergestellt, die eine Bearbeitungstemperatur von unter 400 Grad Celsius haben. Der Gehalt an Kohlenstoff liegt bei diesen Stählen bei ca. 0,2 bis 1,5%. Sie werden als Gesenke für das Gesenkschmieden, Werkzeuge für das Druckgießen und Strangpressen oder für Spritzgussformwerkzeuge genutzt. Schnellarbeitsstähle werden für Werkzeuge verwendet, die Bearbeitungstemperaturen bis 600 Grad Celsius standhalten müssen. Sie werden auch als High-Speed-Stil, HSS, bezeichnet und sind bis zu 30% hochligierte, sehr verschleißfeste Stähle, die einen Kohlenstoffgehalt von 0,85 bis 1,05% besitzen. Die hohe Härte wird vor allem mit den Elementen Wolfram, Molybden, Phanadium und Kobalt, aber auch Aluminium und Titan realisiert. Werkzeuge aus Schnellarbeitsstahl sind beispielsweise Fräser, Bohrer oder Drehmeißel. Zusammenfassung Stahl ist durch seine Gießbarkeit, Umformbarkeit, Zersparnbarkeit oder durch andere Bearbeitungsvorgänge eines der vielseitigsten und anpassungsfähigsten Materialien. Er kann durch die gezielte Zugabe von Legierungselementen und durch die Möglichkeit, zum Beispiel gehärtet zu werden oder seinen inneren Aufbau, das Gefüge, gezielt einzustellen, auf die Anforderungen der späteren Werkstücke oder Werkzeuge angepasst werden. Stahl wird durch die vielen guten Eigenschaften wie zum Beispiel Zersparnbarkeit, Schweißbarkeit, Zähigkeit, Duktilität sowie elastische und plastische Verformbarkeit auch in Zukunft eines der wichtigsten Werkstoffe sein, der in allen Industriezweigen Verwendung findet. Zähigkeit, Zähigkeit, und Sport Gemeier n. Vielen Dank.